wunderschönen guten abend bei fleischhammer in minecraft im internet zu gast bei verschollen ich sage hallo zu sieht man nicht irgendwo da kürion hallo liquid duck hd quack quack und den anderen typen kenne ich jetzt noch nicht wie minias mir fällt auf wir haben hallo wir haben die ente die rufen gedauern ist noch nicht ausgeschaltet sind nicht schlimm mit überleben wir ja wir werden nicht von sterben und mit blick auf meinen schönen wasserfall gebe ich ab an das studio studio an die geräte zuhause liquid akadien nur meinen mein kraft namen genau sonst so stimmt ja schon alles kein problem das ist jetzt weiter wasserfall wurde gebaut form die welt aber wenn wir gerade so von von entity remove tool und so reden ja das ist sogar super wichtig dass man das ausmacht wenn spätestens wenn wir die entfarm bauen weil da gibt es dann ganz viele ender perlen die getroppt moment 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 hier ist gerade was passiert hier stand eben noch eine kürion vor mir und hat sich portet du dich wieder die ist die ist nein okay also die nächsten aufnahmen werden wir dann diesen ente die remover aus haben weil ich kann man ja auch irgendwie manuell aber wieso aber wieso aber wieso kann man denn da nicht mit dingern arbeiten hier mit diesen mit richtern arbeiten passiert da gar nichts ente wir bestimmen jetzt wo der zauberraum hinkommt und zwei machen die in der ecke von der leiter runter das mache ich ja wie mache ich denn bücher wie mache ich denn bücher das verrate ich nicht da warte ich muss einmal kurz gibt hier einen kleinen kart muss einmal im wiki nachschauen wie man fischer kraft nein das muss er nicht mit papier habe ich und ich weiß noch nicht wie ich das holz an so tja mein freund und jetzt ich stehe sinnlos rum ich gehe jetzt in mein fleischhammer ja schau dir meine wasserfälle an mein werk ja ich bin stolz auf den jacky look at this hey rechts von dir den habe ich gemacht ja das ist mein ja ist 1 ja ich weiß nicht wo bist du bei der baumfarmen oben soll ich dich retten ente was halt machen jacky ja also wenn du wenn du stehst du eine perle von mir eine perle unten links ein leder rhein eine perle für die anleder haben wir das ein leder und dann darüber und rechts also einmal rechts daneben und einmal da drüben kann das ja ein berg ja ich habe keine ahnung wie man hier spiel spielt ja also das ist das da drei papier um das leder drumherum hast so bist du denn ja unten im wasser jetzt und dann machst du ein buch tatsache das ist ja geil gedacht da brauchen wir holz oder sowas ja holz brauchst du für die bücherregale ja und da machst du oben drei holz und in der mitte drei bücher aber weißt du noch einfacher wäre es gewesen wären in die in die stadt gelaufen bei denen ich hab da da hatte ich die 21 bücher jahre hat das überflutet das war doch schon überflutet weiß nicht das nicht nein hier wollen wir das war ich da soll ich dir zeigen wo deine eigene mine machen kannst ja dann kommen wir kurz mit ich glaube mich hier auf der insel weit 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 viel platz ne so und ja ja dann macht doch hier kommen wir machen hier auf diesem stückchen was nicht was hier über viel wird es ja mit dem boden hier in der ecke ich würde gerne auch überirdisch viel land wegnehmen es klingt schwierig viel verändern geht oder hoch am wo der wasserfall entspringt da oben die welt ist groß das ist ja echt platz ohne ende also meine drüben ist die baumfarben dahinten sind wir im dschungel also mach hier oben dann müssen wir nicht wo du bist da haben wir wenigstens auge um dich ja ist das ein schwarzes schaf wo das das wird ein schwein sein genau ich komme mit ihr mit ja was passiert ich möchte wieder umstehen kriege in den kommentaren minas städte rum in den folgen schwierig da wo fleischermann ist es spannend kostet tnt der braucht kein tnt oben schwarz pulver noch so hier kannst du die ganze schalten und walten ok ja ja ein schild fleischermann ist mine wie meintet ich setze hier eine workbench in 15 bücher regale habe ich müsste eigentlich lange für glaube ich so wie maximale der guck mal bitte in dein inventar nee jetzt hör mal auf hier das ist schwierig ich hab nichts gemacht ich hab dem jack nur was geschenkt so warte mal ich mach mir mal kurz was und hier zwei links zwei rechts krass tnt 64 ok hier das ist meine workbench mit ich hab angst hast du kann man hier auch so zwischenspeichern wie bei space engineers mal kurz sicherung bitte ja was ist das für eine hin und her gepost die zuschauer deabonnieren und weil wir hier am schieten sind na klar wenn ihr dann deabonnieren die mich und nicht dich das geschieht ich muss die ob rechte der vorweg nämlich kannst du dich immer machen wagen dann gebe ich sie mir selber wieder legt mich doch an die füße so muss ich vielleicht die fleischpeitsche hin ich muss ja sehen wenn er sprengt und wie sprengt da das ist ja die frage muss das setzen und dann mit dem vollzeug anzünden dauer ist man kann ich bitte was meinen vollzeit eisner und flint beides habe ich nicht dabei wo seid ihr denn gerade wir sind weg ich merks verzauberung käse hinsetzen weil wir machen kann hast du bock und wenn wir so ein warum wir uns hier so ein kit ja ich bin gleich dabei also so wenn das ist so was ist denn das so der fleischhammer gott da ist schon skelett ja da ist schon skelett bei mir ist der game mode wieder aus dem game mode überzeugt tatsächlich so erstmal jetzt mal fackeln hier mit bei licht haben und dann kannst du ja dich ein bisschen nach unten sprengen ich mache mal die fischer tot ja ich setze auf jeden fall schon mal licht dass wir ruhe haben eigentlich wollen wir sinnvolles man weiß die ente wartet ganz aufgeregt auf dich tun wir sinnvolles gehen wir zur ente und zeigen wo der zauberraum soll ach ich brauche gerade schon einen platz dafür sitzen darf sie selber einfach mal platz ab jetzt würde aussagen da ist doch hinter mir gerade schon jemand gelandet habe ich doch genau gehört ich muss hier alles im blick haben wenn ich euch nicht im blick habe ich habe leider nicht genug holz mal wo bist du denn ich habe holz gehört wo bist du denn hin da drüben genug für den boden du profi ich gemacht ihr hier platz ist hier sprengen kannst ja und das wollen wir gucken wie das funktioniert kannst du auch mehreren in reihe setzen also die haben ja eine große sprengkraft hier dahin steht ja schon wieder tnt ist ganz schwierig ach so das hat ich dahin gestellt ja das passt hier nicht flächig passt da nicht warum denkt haben hier nicht rein ja in 60 sekunden ja aber das passt nicht das war nicht an 60 sekunden hier ja hier wo ich jetzt tippe kommt kommt der zaubertisch hin ja und du brauchst mindestens 1 1 platz das ist dann und dann müssen hier schon die bücher nein das ist nicht zu nahe nein hier ist keine zombies jackie das passt nicht du kannst das ding hier nicht hin bauen aber ja 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 mein freund fragt mich ja es kommt ja keiner ich stehe mir die füße ich bin da hier kommt mein holz wieder weg sofern jetzt mein holz wieder schnell aufsammeln sonst wird removed in 20 sekunden wir gucken uns jetzt mal einen platz aus wo wir das hinbauen wozu braucht man ein leben denn wenn der ist wichtig jetzt ja abdrücke 44 ent lehm hier in dem spiel kann man leben ziegel draus machen also zum bauen halt ja und das ein bisschen hübsch zu gestalten oder in das kippe kommen du kannst den kippe anrechnen soll ich mal anlocken und du zündest tnt ja ja okay pass auf dann möchte das essen sonst kann ich nicht sprinten und hier rein könnte man das theoretisch machen ja genau da jetzt nein ich wollte es abbauen du hast es verschlagen auch gesprengt gell das geht doch wusste ich doch brauchen die mitten mit mitten mit dem fall zeig das war der bumm bücher bücherабат einen verschadeten hier ist aber außer anúc question zu ist egal dass das du hast den blick drauf also nicht reparieren wir dann nachher von außen wir können aber einfach noch ein block weiter nach links gehen was manchmal wir machen den berg einfach breiter das ist dann aber auch nicht mehr symmetrisch wenn der berg ganz breiter ist folgendermaßen hier ist der stein also du wirst mehr mühe haben hier was abzubauen obwohl stein macht das jetzt nicht zu dass der tisch steht dann hier hier mittig genau also warte ich da wo der da wo wir gehen und wo der tisch steht mache ich jetzt mal holz da steht der tisch da ich habe den dabei kann man händchen ach so ok warte so jetzt kannst du ich aus der eine war falsch ich fühle mal das ganze wieder fleisch meister eigentlich stehen der eine war falsch nordwestlich kommen die haben wir dings dabei diese leuchtsteine die heißen der glowstones lausten rache an den creepern noch einer kommt ja man muss erst locken und dann am besten wenn du die sie jetzt kannst du tnt sind anzünden über dem links würde ich ein glowstone machen über dem zauberstisch kriegst ja schon ein bisschen angst er hat angst nee das ist angst habe ich noch in der forest soweit er jetzt hier da links legt aber los da die anderen sind ja nicht losgegangen wieso brennt diese brennt das mit feuerzeug an jetzt genau richtig theoretisch kann man aber auch hier alle hinstellen oder und dann einfach die wand zu machen ja diese folge sehen wir mal jack in seinem element das ist so negativ was machst du denn jetzt hier kommt bücherregal ich sprengst den kreis oder wie er hier musste auch ein bücherregal hin wir kommen jetzt mal eine richtige sprengung bei stück wahrscheinlich schon wenn denn richtig meinst du ja natürlich zuschauer wollen aber sehen wenn der fleischmeister schon bei seinem hobby ist es waren alle die wir jetzt haben gerade aber so dicht müsste auch nicht also ein abstand kannst du ruhig aber langsam richtig mal level ist wie jetzt sagen wir professionelle doch mal 30 maximal level oder es kommt ja nicht da raus bin zu nahe das heißt also ihr lieben guckt unbedingt bei jack vorbei und bei mir jetzt wüsste der sieht ja ich habe es vom turm müssen wir jetzt kurz und gerade wieder alle hier von wegen ist ein richtet loch gewesen hier ja das hast du auf jeden fall gut hinbekommen ich baume jetzt neuen turm umranden dann kannst du wieder sprengen du hast mir meinen turm und dann bob ist weg gesprengt deswegen habe ich nichts gesehen so jetzt obwohl ich bin jetzt eigentlich schon außer gefahr also glaube ich zu meinen siehst jack hat spaß oh mein gott da freut er sich wirklich ohne scheiß das finde ich gut funktioniert das sprengen wenigstens noch gern ja eben haben sie ja schon massiv entschärft du hast doch gleich kein tnt mehr ach ja so traurig wenn das tnt leer ist ja ach der schmeißt sich auch so mehr ja ja die fliegen auch hinterher durch die sprengkraft ja wenn ich tiefer buddeln willst dann musst du da jetzt auf den boden vielleicht versetzen sonst kommst du nicht tiefer der war der ganze spaß und jetzt schildloch warten warten bis neues und geld wächst danach was mache ich jetzt ins innen ist nicht er kommt orange gefärbt leben diese folge du hast nicht genug platz deswegen hast du nix mein freund deine taschen sind voll was fassen jetzt vor willst du die welt hier komplett zerstören da steht not enough space 64 tnt was lost ich kann dir nichts mehr geben jack tut mir leid deine taschen sind voll ja gut ist da muss er erstmal hier in in die base kommen und deine taschen in die kisten sortieren oder gibt es mir jetzt hat noch platz kann man ja wir müssen jetzt hier nicht hast du klausel und block gemacht genauso wie ich mit vollständig aus meint schuldet die ganze was transport ist auf jeden fall schön bunt ja jetzt stimmt ja ich habe gerade gemacht also schalte auch bei jackie ein wenn ich los dann niklos und ich habe bücher gerade gemacht doch ja ja dann gehen wir mal zurück zur basis ja komm dann schauen wir mal was die anderen beiden machen ach ich bin ja blöd ich wollte doch in wasser kannst du das runter springen also in wasser ist keine gefahr wenn du in wasser landen solltest und es geht so ja das werde ich vorhin noch fragen auch wenn es nur ein block tief ist da war ich mir nämlich auch nicht mehr sicher ja ja ein block gelangt da passiert nischt nischt sehr gut und wie seid ihr mit wie weit seid ihr mit dem bauarbeiten fertig eigentlich kommen nur noch ein paar bücher regale hin dass das ganze symmetrisch ist dann kommen wir jetzt durch rüber und dann schauen wir uns das mal an und dann haben wir eine folge mit sprengen und zaubertisch setzen hinter uns der fleischhammer nicht rödeln hier ist übrigens immer eine höhle drin ja das ist bei einer sprengung kann das sich schon mal lösen jetzt nicht die farbe ist tatsächlich im boden ein bisschen ausgebessert kommen sie ja schon die 100 die es removed aber da war einiges wir müssen um das addon raus und das machen wir dann zur nächsten folge was wir hier naja aber ich finde es ganz schön hier sind ja fischer und dann müssen wir es halt dann müssen wir es einfach auf eine längere zeit stellen wasser das wo sind fischer das ist ein skelett und ein creeper oh mein gott wo bist du jackie wo willst du lang du bist falsch ach so und ich dachte ich hatte orientierung wie ein toastbrot jackie hat auch tnt gefunden in form von des creepers und hat erstmal wenn du hier zerstörst freund ja pass mal auf komm mit und schwierig mit dem verzaubern man weiß ja nicht was was rauskommt ja das ist das ist aber ein problem von der 172 weil es gibt ja ein addon was das praktisch anzeigen also ich habe ja ich habe aber kein aktuelles addon gefunden was funktioniert okay also also für keine aktuelle version dann hau mal entity remove aus vielleicht kann man das entity auf manu remove auf manuell stellen besser dass man einfach mal so einmal die folge muss das ja jeder machen weil wir sind ja immer in verschiedenen dings wie heißen das hier gebieten doch ja wohl ich glaube dass das für die gesamte welt gilt kommen wir gucken wo seid ihr überhaupt seid ihr oben das ist ein element an der männer und gucken ich meine ich meine ich meine kuchen hat gesagt das gilt immer nur für die aktiven links der blog wie auch immer aber typ kann er dir nicht tun ja wenn du unten guckst dann warum jetzt nicht geportet ist verstehe ich auch nicht aber er greift ich dann reporte dann normalerweise nicht weg so wo ist der zauberraum kann er dir nicht wehtun denn oder wird ja wehtun nenne ich wirklich wo ist der zauberraum da ist gleich wenn der check hier oben ist halt gerade die tür auf ja ich brauche noch holz habt ihr noch eichenholz da müssen wir aber eine tür rein machen weil hier draußen ist gefährlich ja vielleicht schon mal hier kannst du für dein level die du dir spielst kannst du dir später oh hier fehlt noch ein stein in der tür da hole ich gerade holz kannst du dir praktisch eine waffen verzaubern und alles dazu muss der gegenstand unter das buch legen ja ja und dann steht da dann steht da siehst du das aber kryptische zeichen oder ach du ich hab doch auch gerade eine tür gemacht schneller und doppelt für fünf türen hintereinander bis ins zauberraum ineinander sind ja meine der will weg wir sind übrigens ja wir sind am ende einer folge schon wieder tschüss tschüss super abmoderation nee die wer ist dran der fleischermann ist dran ach so ja dann sage ich wahnsinn schön dass ihr es geschafft habt wir sind dabei hat spaß gemacht hier mal ein bisschen weiter in luft springen ich sage auf wiedersehen lasst uns einen daumen hoch da wie ihr sagt jemand vier kameras ich sag tschüss tschüss ja vier mann vier kameras vier mann drei drei mann eine frau aber egal gut ich gehe auch als mann durch ist kein ding macht's gut